London, nach den jüngsten Krebsdiagnosen gibt es endlich positive Meldungen bei den britischen Royals. Prinzessin Kate wird eine besondere Ehre zuteil. Große Ehre für Prinzessin Kate mit einer Premiere. Es ist aktuell eine schwere Zeit bei den britischen Royals. Sowohl Prinzessin Kate, 42, als auch König Charles III., 75, sind an Krebs erkrankt und befinden sich aktuell in medizinischer Behandlung. Auch der Photoshop-Fehl der Thronfolgerin und ihre lange Abwesenheit sorgten für wilde Theorien und Aufsehen. Damit ist jetzt Schluss, denn Kate wird eine besondere Ehre zuteil. Wie der Buckingham-Palast nun verriet, soll der Monarch seine Schwiegertochter in den Companions of Ona berufen haben. Eine ganz besondere Ehre. Die Menschen zuteil wird, die sich vor allem für die Bereiche Kunst, Wissenschaft, Medizin und den öffentlichen Dienst stark gemacht haben. Somit wird Kate als Royal Campaign offiziell in den Orden aufgenommen. Viel neue Mitglieder für den bekannten Hosenband-Orden. Die Auszeichnung als solcher ist jedoch nicht alleine die große Ehre, sondern vielmehr die Besonderheit dahinter, da es sich um eine echte Premiere handelt. Auch Prinz William, 41, erhält einen neuen Titel von seinem Vater und wurde zum Great Master of the Most Honorable Order of the Best für beispielhafte Leistungen beim Militär und des öffentlichen Dienstes berufen. Das macht Kate zur ersten königlichen Gefährtin des Ordens der Ehrengefährten. Auch für Gartinkönigin Camilla, 76, schien der Königin Spendier-Laune gewesen zu sein und erhielt die Auszeichnung als Grand Master and First Order Principle Dame Grand Cross of the Most Excellent Order of the British Empire. Damit erhielt der wichtigste Ritter-Orden Großbritanniens, dem Order of the Garta, auch bekannt als Hosenband-Orden auf einen Schlag vier neue Mitglieder. Was für eine Ehre!